Kennt ihr das, wenn man so richtig Bock hat in der ersten Runde? Ich bin gespannt, wie lange es heute hält. Wie viele Runden und ob überhaupt eine ganze Runde. Natürlich, Evie. Kurze Zeit später. Du safe, Evie, oder stirbst du nicht für die Zone? Ich sterbe in der Zone. Ah, okay. Wie es dazu gekommen ist, fragst du dich? Nun ja. Stell dir vor, du möchtest deinen Maid retten, holst extra ein Auto, damit er nicht an der Zone sterbt, doch er weigert sich, ins Auto einzusteigen. Und dann passiert sowas. Ich laufe nach hinten weg. Vielleicht krieg ich das ein. Kau? Nice. Oder Mitchell. Ah ja. Boah, dein Ernst? Was denn? Streist du mit mir? Steig ein. Fahr mich doch nicht um. Ich wollte, dass du einsteigst. Alles gut. Das ist nicht nötig. Okay, dann fahre ich alleine. Fahr, fahr, fahr einfach. Nächster Shop. Ach komm, jetzt sterbe ich auch. Cool. Verstehe ich gerade gar nicht. Warum du nicht einsteigst, damit wir fahren können. Entschuldigung, ich... Aber alles gut, manchmal trifft man merkwürdige Entscheidungen, wenn man Hunger hat, wenn man dringend aufs Klo muss. Oder einfach auch aus purer Habgier. Lieber muss ich nicht mal was zu holen, weil ich hab einfach nix mehr. Ja, ich hab auch du bist. Ja, die Waffen brauchen wir eh nicht. Wir holen eh Loaded danach. Muni-Kiste und Platte-Kiste brauchen wir. Was, ihr habt den Bunker ohne mich geöffnet? Ja, natürlich. Komm runter. Ihr kleinen Frettchen. Was ist, wenn wir angeschossen werden? Was ist, wenn wir angeschossen werden, weißt? Jetzt kann ich einen leeren Bunker looten. Brauchst hier eh nix zu looten. Und eure T-Shirts anziehen. Ja, da wird schon mehr übrig bleiben als die T-Shirts. Muni-Kiste sind auch da. Ich hätt gerne eine 8. Tasche gehabt, aber die gibt's hier nicht. Ich hab eine bekommen. Cool. Ja, aber guck mal, wir haben jetzt Loaded. Ja, nice. Und wir haben eine gute Kiste. Wollt ihr mir von euren drei 8. Taschen vielleicht eine Platte geben? Wir haben keine. Es gab eine 1. 8. Tasche. Eine. Ja, ich shoppte hier ein paar. Das ist sehr großzügig. Für Mitch, einsteigen. Komm bitte rein, Mitch. Na los, pack doch. Ich geh mit Mitch. Der Mitch ist schon drin. Mitch, wo bist du? Nein, nein, nein. Der hat rausgesprungen. Ich dachte, das war der letzte, der da drin war. Hier hat doch eine Platzerkiste. Also Platzer, Platzer. Da ist noch unten einer. Auf Orange im Fenster. Ja, ja. Auf Orange, auf Orange. Ich pushe, ich pushe Orange. Ich komm mit. Oh, der sniped aus dem Fenster. Der mehr schlack weg. Genockt. Ich nade. Manchmal braucht man einfach nur eine Pistole. Oh, vor uns, vor uns. Down now. Lol, ich bin jetzt sniper, ich weiß nicht von wo. Hinter euch auf dem Dach. Sollen wir den Heli nehmen und abhauen? Du machst die Tür zu, lol. Lässt mich allein hier. Ja, lol. Mit der mich nicht snipen, wenn ich halt von irgendwas decken hab. Efi, der führt mich hier töten. Man hätt das doch schon... Hier kommen welche. Ich hab ne Pistole, ich kill ihn. Oh, nice. T-Bot. Alter, was ist das für ne Scheiße? Ich werde schon wieder durch den Fenster gekillt. Ich brenne. Du verarschst mich, Alter. Ich steh safe hier. Ich bin keine Scheiße. Okay, der... Aus Osten, aus Osten, Efi. Osten. Fick dich doch. Wenn ich jetzt aufstehe, bin ich gleich wieder tot. Hilfe. Ich hab ihn gefinished. Ich hab ihn executed. Nice. Hier ist was close, ich dir. Oh, hier drin, Sascha. Hier drin. Er jagt dich hinter dir. Hinter dir. Tot. Ja, schon vorbei. Oh. Ich hätt ihn fast kappt. Die Leute, er heißt Renetto Akimbi. Lauf. Nice. Mafia. Renetto Akimbi. Wie netti Akimbo. Manchmal denke ich, ich bin der faireste Spieler, den Warsome je gesehen hat, denn ich komme nicht auf die Idee, die Gegner tot zu boxen. Ich arbeite mit dem, was ich habe, auch wenn es nur ein Rocket Launcher ist. Wenn mich eins aufregt in Warsome, dann ist es, wenn ich tot geboxt werde. Ich meine, wie seht ihr das denn? Ich persönlich finde es einfach total lame. Ich kann ja gar nicht stolz sein auf den Kill. Ich habe nichts geleistet. Aber ich fürchte, da muss ich wohl umdenken, weil nur zu sterben, weil ich keinen ehrenhaften Kill machen kann, das ist dann natürlich auch blöd. Was soll ich machen? Das ist ja furchtbar. Das war die schrecklichste Runde ever. Übrigens, wenn wir schon mal in der Lobby sind, schau mal, was passiert, wenn ich meinen Loadout Fuck nenne. Da sagt das Spiel, das darf ich nicht. Das ist ein vulgärer Ausdruck, das ist nicht erlaubt. Und jetzt schau mal, was passiert, wenn ich meinen Loadout Großer nenne. Folgender Kampf hat gefühlt die ganze Runde gedauert und ab sofort bin ich der offizielle Secret Service von The Man. Passt schon. Da ist er schon auf, down, genockt, genockt. Was soll ich dir geben? Wenn ihr beide Jungen das Geld gebt, dann wird es reichen. Nee, nee, jetzt ist es zu leid, jetzt ist es zu leid. Wir haben zwei genockt. Wo ist er? Einer ist nicht. Ja, der ist nochmal shit-track. Ich flanke ihn. Oh nein, ich werde geflankt. Ah, das bist du. Okay, ich rette. Das bin ich. Hast du ihn? Ja, eingefinished. Team Vibe. Nice. Nice. Uh, ich bräuchte einen Tab. Ja, ich komm. Ich vertreib den Sniper. Er hat keine Armor. Ich bin safe, ich bin safe. Oh, der ist schon close. Nee, ja. Scheiße. Oh, ich hab keine Muni mehr. Habt ihr irgendwo Waffen? Ja, loote hier. Hier liegen Waffen. Ähm, Mitch. Lila. 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 Ich hab keine AR-Monen mehr. Null Schuss. Ja, Lila. Lila ist alles. Oh. Ja, ist ne Armorbox. Ich komm nicht weg hier. Die sind schon hier. Ja, wir probieren die. Ja, wir probieren die. Oh, loll. Das loll, der hat mich nochmal. Der letzte ist hier hinten. Warte, ich probiere es noch zu markieren. Der letzte ist hier. Auf orange. Auf orange ist der letzte. Orange. Soll ich auf dem Land und im Boxen? Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ihr habt ihn gesehen. Hier war noch einer. Hier war noch einer. Grün. Ich bin safe hier, Efi. Wo bist du? Mensch, irgendeiner. Ich bin safe. Ja, ja, ja. Ich hol dich. Ich seh ihn nicht. Warte. Loll. Ich hab mich F getötet. Ich bin so behindert. Ich hab auch... Hast du den F gedrückt für halten? Ja. Ich wollt mich hinlegen direkt, weißt du? Ja, alles gut. Fast. Du bist doch schon gelegen. Oh, ich seh ihn ja. Alter, ich bin wieder genocht. Oh, da unten. Auf orange, auf orange, auf orange. Hits, aber leider nicht so viel. Zwei hab ich hier. Ich bleib lieber in deiner Nähe, man. Hab ihn, Team Boy. Nice. Gottes Willen, was ist hier los? Ist eh ein Wunder, dass sich da nicht noch ein Team mit seinem gemischt hat, solange das dauert. Feind, oder? Oh, ja. Loll. Ich bin hier, zu mir, zu mir, zu mir. Weiter, 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 weiter. Oh, nein. Nein. Ich kam nicht um die Ecke. Und zum Abschluss, meine lieben Freunde, nehmt euch ein Beispiel an der EFI, zum Wiederaufrüsten der Platten, immer eine sichere Ecke suchen. Oh, das ist mich erschrocken.